Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich dir ein wesentliches Modell vorstellen, das jedem, der in irgendeiner Form mit Audits zu tun hat, ja egal ob als Auditor oder als auditierte Person, dabei helfen wird, die Audits ertragreicher zu gestalten, die Fragen, die vielleicht im Raum stehen, richtig zu deuten und einfach eine höhere Effizienz an den Tag zu legen. Wenn du dazugehörst, wenn ich sage, dass Auditsituationen ja oft mal so Fragen ins Feld rollen, die man nicht so wirklich versteht, wenn du schon mal die Situation hattest, dass dein Auditor von jetzt auf nachher total austickt, vielleicht und du dich fragst, hey warum ist der jetzt so aggressiv geworden oder so, dann bist du bei dem Video hier total angesprochen. Warum? Weil es auf jeden Fall Systematiken gibt, weil es Modelle und Systeme gibt und auch Anleitungen gibt, wie man mit solchen Situationen umgehen kann, was man in solchen Situationen lernen kann, wie man solche Situationen auch managt, ja und was eigentlich hinter diesen Situationen auch liegt, ja also das ganze Verständnis rundherum kurz gesagt, ja. Warum so etwas stattfinden kann und wie man es managt, ja. Hier werde ich dir das sogenannte Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun vorstellen, ja. Nicht so im Detail, dass du sagst, es ist schnarchlangweilig, ja. Es gibt unterschiedlichste Videos auf YouTube, ich werde dir später auch welche verlinken, ja, für den Fall, dass du letztendlich auch dich da reingraben möchtest in diese Thematik, aber ich beziehe mich hier in dem Video ausschließlich auf die Audits-Situation und wie das Vier-Ohren-Modell hier in den Audits dir dabei helfen kann, die Audits besser zu verstehen und diese dann entsprechend ertragreicher zu gestalten. Bleib auf jeden Fall dran, ist total spannend. Einer der wichtigsten Themen, finde ich, wenn ich so meine ganze Videolandschaft anschaue, das Thema Kommunikation und richtiges Zuhören ist und bleibt die Basis eines guten Audits. Bis gleich. Okay, worum geht es eigentlich? Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass es in einer Kommunikation ja zwei Personen gibt. Einmal den Sender und einmal den Empfänger. In der Regel ist es so, dass, also eigentlich sollte es so sein, ja, wenn man das Wort Audit hier betrachtet, das Wort Audit selbst kommt ja aus dem Lateinischen audire, ja, und audire heißt hören, ja, oder zuhören. Das heißt, der Sender ist in der Regel und sollte in der Regel die auditierte Person sein, ja. Und der Empfänger ist der Auditor. Das kann natürlich auch andersrum gehen, wenn der Auditor Fragen stellt beispielsweise und der, die auditierte Person entsprechend die Frage hier beantworten muss. Und das ist ein, also es wechselt sich halt hier, Sender und Empfänger wechseln sich so. Und worum geht es in diesem Vier-Ohren-Modell, ja, das Modell von Schulz von Thun? Ich verlinke dir jetzt hier oben mal ein paar Videos, ja, kannst du auf jeden Fall mal anschauen später. Da geht es tiefer in die Sache rein, ja, wenn dir das Modell jetzt nach diesem Video immer noch nichts sagen sollte, dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit hier weitere Informationen einzuholen, ja. So, aber worum geht es? Also zwar innerhalb einer Kommunikation werden Worte kommuniziert. Richtig, richtig, ja. Das heißt, ich denke etwas, ja, und ich verpacke mir das in irgendeine Satzform, ja, die ich für angemessen halte und dann kommuniziere ich diese Worte, ja. So, in dieser Kommunikationsleitung werden meine Worte gehört, ja, von meinem Empfänger quasi und entsprechend ausgelegt, ja. So, was sage ich jetzt, was sagt er mir jetzt im Moment, ja, und das rattert dann und dann antworte ich zu dieser ganzen Geschichte, ja. So, jetzt ist halt die, gibt es im Rahmen dieser Kommunikation unterschiedliche Kommunikationsebenen, die sogenannten. Und in diesem Modell, in diesem Vier-Ohren-Modell kannst du dir vielleicht denken, gibt es vier unterschiedliche Ebenen, auf denen kommuniziert bzw. zugehört wird, ja, gesagt und zugehört wird. So, jetzt kann es natürlich sein, dass man auf einer Ebene miteinander kommuniziert, das passt, also ich habe jetzt vier unterschiedliche Datenleitungen, sagen wir es mal technisch, ja, und am besten und effizientesten funktioniert es ja, wenn ich mich committe auf eine Kommunikationsebene und ständig auf dieser Ebene miteinander kommuniziere, dann wird es keine Konflikte geben, ja. Warum? Weil das, was ich sage, auch so aufgefasst wird, ja. Und Konflikte kommen dann zustande, wenn man nämlich hier diese Kommunikationsleitungen durchmischt, ja. Der eine kommuniziert hier auf der ersten Leitung und das Gegenüber, ja, hat hier die vier Leitungen und hört dann mit der vierten Leitung zu, ja. So, und das führt zwangsläufig zu Konflikten und ich erkläre dir jetzt auch gleich, warum, ja. Und was es mit diesen vier unterschiedlichen Leitungen auf sich hat und was diese eigentlich darstellen, ja. Du hast insgesamt vier Ebenen und die erste Ebene, Ebene Nummer eins, ist die sogenannte Sachebene, ja. Ja, das heißt also, furztrocken, super, null Emotionen in dieser Ebene, ja, eine Sachebene, ja. Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt in einem Audit, in einer Auditsituation uns reinversetzen, ja, du hast jetzt deinen Audit-Termin und dein Auditor sitzt dir gegenüber, ich sitze dir gegenüber und frage dich, wann haben sie ihr Management-Review durchgeführt, das letzte Management-Review durchgeführt, ja. So, jetzt ist scheint, ist es wahrscheinlich die meisten klar, was ich haben möchte, ja. Und zwar eine Antwort darüber, wann dein letztes Management-Review stattgefunden hat, ja. Denken viele, ja. Wenn wir auf der Sachebene bleiben, dann wird die Antwort heißen, am zum Beispiel 19. November 2019, ja. Somit hast du dann letztendlich meine Frage, meine sachliche Frage, sachlich beantwortet, ja. Kein Konflikt. Jetzt kann es aber durchaus sein, äh, und, äh, dass ich eigentlich mit dieser Frage nicht nur das Datum wissen wollte, ja. Sondern, äh, dass ich beispielsweise, ähm, und jetzt kommen wir auf, äh, die zweite Ebene zu sprechen, also halten wir hier an dieser Stelle fest, Ebene Nummer 1 ist die Sachebene, das habe ich vorhin schon gesagt, ja. Sachebene, Ebene Nummer 1. Jetzt kann es aber sein, dass ich, dass ich diese einfache Fragestellung auch als Selbstoffenbarung, und das ist die Ebene Nummer 2, ja, die Ebene Nummer 2 ist die Selbstoffenbarungsebene, ähm, gemeint haben könnte, ja. Das heißt, ich gebe durch diese, durch diesen plumpen, einfachen Satz, ja, wann haben Sie Ihre letzte Management-Bewertung durchgeführt, gebe ich etwas von mir preis, ja. Und zwar, erstens, dass ich generell denke, dass Management-Bewertungen durchgeführt werden sollten oder müssen, ja. Und laut Norm ist es ja auch tatsächlich so, ja, äh, in welcher Form, in welcher Art, das ist einmal dahingestellt. Also, meine Selbstoffenbarung heißt, ich erwarte, ich denke, dass Management-Bewertungen immer durchgeführt werden müssen, und zwar auch in regelmäßigen Abständen, deshalb auch die Frage nach dem Datum, ja. Ja, so, und es ist also eine, eine, die Kunst, die Kunst letztendlich, ja, diese Frage, die, so einfache Frage, nicht nur auf der Sachebene zu begutachten, sondern auch weiterzugehen und zu fragen, und zu hinterfragen, was steckt denn noch dahinter, hinter dieser, dieser Frage. Und die, wie gesagt, die zweite Ebene ist eine Selbstoffenbarung, dass ich erwarte und denke, dass Management-Bewertungen erstens durchgeführt werden müssen und zweitens, ähm, regelmäßig durchgeführt werden müssen, ne. Deshalb das Datum oder zeitnah durchgeführt werden müssen. Auch da bleiben noch Fragen offen. Aber diese zwei Dinge, die offenbare ich jetzt als Auditor, ne, äh, entsprechend von mir, ja, das ist die zweite Ebene, ne. Jetzt kannst du natürlich dazu, darauf Stellung beziehen, ja, und sagen, ähm, ja, bei uns werden Management-Bewertungen, regelmäßig durchgeführt, äh, und, ähm, und dann die Sachebene anknüpfen, ja, zuletzt am 19. November 2019. Ja, jetzt hast du, jetzt bist du einen Schritt weitergegangen, ja, du hast also sowohl die Sachebene bedient, ja, das Datum genannt, als auch hast du nochmal klargezurrt, ja, klargestellt, dass, äh, Management-Bewertungen selbstverständlich bei euch durchgeführt werden und selbstverständlich auch in regelmäßig geplanten Abständen durchgeführt werden, ja. Und schon hast du viel mehr geliefert, als, äh, als wenn du jetzt nur eine einzige Ebene ins Spiel, äh, ziehst, ja. Also du wirst kein Audit, ähm, haben oder gehabt haben, wo der Auditor allein mit der, ähm, ähm, Frage nach dem Datum, äh, entsprechend, äh, mit dem, der Datumsangabe, der Datumsantwort sich zufrieden gibt, ne. So baust du schon vor, als auditierte Person, dass du, dass du letztendlich diese Fragen, die jetzt noch im Raum stehen, quasi abwimmelst. Aber ich hab ja schon gesagt, es sind vier Ebenen, wir haben also noch zwei Ebenen, ja. Was kann es denn bitte noch sein? Es ist doch so eine einfache, äh, Frage, so eine einfache Frage und trotzdem gibt es noch zwei weitere Ebenen. Also lass uns gleich gucken. Ebene Nummer drei, das ist die Beziehungsebene, ja. Es gibt auch eine Kommunikationslinie, äh, auf Beziehungsebene, ja. Und was könnte das denn bedeuten? Nehmen wir uns wieder diese Frage, ne. Wann haben Sie Ihr letztes Management Review durchgeführt? Das war die Frage, ja. So, und wenn wir jetzt diese Beziehungsebene zugrunde legen, ja, dann kann man rein interpretieren, ja, dass der Auditor von dir, ja, von dir als Unternehmen oder als auditierte Person, ähm, ein Bild hat, ja, eine, äh, ein Bild hat, ja, eine, äh, eine Meinung hat, ja. Ja, äh, äh, das es ihm quasi ermöglicht zu sagen und zu fragen, wann dein Management Review durchgeführt worden ist, ja. Also die Beziehung, die ihr zueinander aufgebaut habt, ihr habt das geklärt, Managementbewertungen sind kein Thema mehr und er weiß das und er, äh, äh, ihm ist das klar und, äh, äh, er nimmt das für selbstverständlich, weil er euch und dein Unternehmen und dich kennt und weiß, wie ihr da aufgestellt seid, ja, ihr habt eine Beziehung zueinander und er hinterfragt gar nicht, ob es überhaupt eine Managementbewertung gibt oder nicht gibt, sondern er geht davon aus, dass es eine gibt, weil er euch kennt, Beziehungsebene und, äh, und aus dem Grund, äh, fragt er nach der, nach dem letzten Datum, weil er davon ausgeht, dass ihr eine, äh, Managementbewertung habt, weil ihr euch kennt, Punkt. Ähm, also das heißt, neben, äh, diesen zwei vorhergehenden Ebenen hast du jetzt die dritte Ebene, die dir verrät, wie eure Beziehung eigentlich zueinander ist, ja. Der Auditor, der kennt dich und es funktioniert super und er, äh, äh, er geht davon aus, dass du letztendlich, dass dein Unternehmen und du es so entsprechend dieses Thema Managementbewertung im Griff habt, ja, äh, und, äh, und er will einfach nur die Dings wissen, die das Datum wissen, ja. Offenbart aber, dass ihr eine gute Beziehung habt. Also so eine Frage ist auf jeden Fall ein Streicheln fürs Ego, ja. Genau, jetzt lass uns noch gucken, jetzt gibt es tatsächlich nochmal eine vierte Ebene, ja, und da sind also viele, 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 viele Konflikte, die ich schon so in, äh, in, in, in meinen Audits, ja, in den Kombi-Audits, muss man sagen. Also auch mir passiert diese, äh, Kommunikations, äh, Konfliktsituation oft mal, ja, also das ist überhaupt kein Thema, besonders bei Unternehmen, die man jetzt so neu kennengelernt hat, ja, wenn man sich noch nicht kennt, dann, äh, passieren solche Konfliktsituationen, aber es ist natürlich, ja, von Riesenvorteil, wenn man, äh, diese Konfliktsituation an sich erkennt und gleich, äh, entgegenwirken kann, ja. Das ist, also deshalb ist es so unheimlich wichtig, jetzt diesen vierten Punkt, diese vierte Ebene entsprechend auch, ähm, ans Herz zu legen, ja. Und diese Ebene ist die, also Ebene vier, die Appell-Ebene, ja. So, und das ist nämlich, äh, der Punkt, warum aus meinen Beobachtungen, ja, also, äh, oft Konflikte wird stattfinden. Ich, äh, es ist, ich lerne ja auch immer und kontinuierlich weiter und mit, ja. Ich habe viele, viele Audits schon hinter mich gebracht, ja, viele Unternehmen entsprechend kennengelernt, ja, Prozesse kennengelernt, ja, Prozesse kennengelernt, Prozesslandschaften und so weiter und so fort. Aber ich lerne auch mit jedem Tag Audits, ja, und bin sehr dankbar auch für diese Situation. Und das, was ich, ähm, also beobachte, ja, ist, dass einfach auch in diesen Kombi-Audits, wo Kolleginnen und Kollegen auch mit dabei sind, beispielsweise diese zwei Ebenen, und zwar die Sachebene und die Appell-Ebene, ja, häufig miteinander durchmischt werden, ja. Und, ähm, was, was, was hat es denn mit der Appell-Ebene hinter, äh, auf sich, ja. Die Appell-Ebene, äh, nehmen wir wieder diesen, diesen stinknormalen Satz, den, der wirklich, also so viele Facetten jetzt ans Tageslicht gebracht hat und hängen dem noch eine Bedeutung hinzu, ja. Wann haben sie ihr letztes Management-Review durchgeführt? Ja. Wir haben das geklärt, ja, Sachebene ist klar, ein Datum nennen, Punkt, ja. Dann die Selbstoffenbarungsebene, dadurch siehst du, dass der, dass dein Auditor eine entsprechende Erwartungshaltung hat, was, was die Management-Bewertungen angeht, ja, und die Häufigkeit und überhaupt das stattfinden, ja, das haben wir auch geklärt. Die Ebene 3, die Beziehungsebene, er offenbart dadurch oder zeigt dir dadurch, dass, was er über dich, äh, von dir hält, ja, äh, nämlich, dass es eine gute Beziehung ist, ja, und er die Norm entsprechend durch, ähm, äh, umsetzt. Die vierte Ebene ist die Appell-Ebene und die bedeutet, dass er jetzt das Management-Review sehen möchte, ja. Diese Frage, was oder wann haben sie ihr letztes Management-Review durchgeführt, kann man in der Appell-Ebene so auslegen, bitte zeig mir jetzt dein letztes Management-Review. Zeige mir dein letztes Management-Review. Und das ist dann letztendlich, äh, das, was häufig nicht zu Konflikten führt, ja. Häufig, weil, ähm, oft ist es so, dass der, die auditierte Person, besonders wenn man sich noch nicht kennt, ja, oder vielleicht schlechte Erfahrungen hatte in früheren Audits mit anderen, äh, Auditsituationen, auch Kundenaudits zum Beispiel, äh, die eine andere Gangart haben, ja, und einfach für sich die, äh, Erfahrung gemacht hat, hey, ich bleibe auf der Sachebene in den Audits und gehe da gar nicht in die Tiefe, ja, ich will mich ja nicht angreifbar machen, zum Beispiel, ja. So, und, ähm, jetzt kann es sein, bleiben wir bei, genau bei dieser stinkigen Frage, ja, wann haben sie ihr letztes Management-Review durchgeführt, die letzte Management-Bewertung durchgeführt, ja. Der Auditor will eigentlich damit sagen, zeigen Sie bitte ihr letztes Management-Review, ja. So, jetzt kommt aber als Antwort am 19. November 2019, ja. So, Ärger vorprogrammiert, ja, wenn der Auditor da nicht, da nicht nachhakt und einfach sagt, hey, ja, dann zeig mal bitte, ja, also diesen Appell dann quasi, äh, entsprechend, ähm, ja, kommuniziert, ja, sondern ist dabei belässt, ja, aber auch dieser, dieses zusätzliche, ja, dann zeigen Sie bitte das letzte Management-Review, auch das hat ja dann diese vier Ebenen, ja. Und, also, Kommunikation, kompliziert, kompliziert, aber total spannend. Also, ich genieße es ungemein, wenn ich unterwegs bin in größeren Audit-Gruppen beispielsweise, äh, und, äh, und man Kombi-Audits durchführt, also auch Termine hat, wo man, äh, zusammen unterschiedliche Normen rein auditiert beispielsweise, ähm, und dann feststellt, hey, hoppla, die haben jetzt gerade ein Kommunikationsthema, ja, äh, der will eigentlich jetzt nur das Management-Review sehen und, äh, äh, der, äh, auditierte, der fühlt sich jetzt angegriffen, ja, oder ähnliches, äh, und das sind halt so Dinge, die muss man, ähm, unheimlich geschickt managen, ja, und, und dieses Modell, dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, ja, hilft einem unheimlich dabei, also vor Jahren habe ich das, bin ich drüber gestolpert, im Rahmen eines Seminars war das gewesen. Sogar, ich glaube, bei der BG, ja, wenn ich soweit ich mich erinnern kann, ähm, genau, eben im Rahmen meiner Sicherheits, äh, Fachkraft, Ausbildung, und das hat mir unheimlich viel, unheimlich viel gebracht, ja, weil ich, weil ich mit offeneren Augen in die Audits gegangen bin, weil ich gesehen habe, wie die Menschen, was die, was die, was die Menschen bedrückt eigentlich, ja, was sie eigentlich wollen, ja, wie, äh, das Thema war, oder man, man konnte dann richtig rausfühlen, ja, also diese Empathie, die man dadurch dann auch gewinnt, rausfühlen, dass zum Beispiel in früheren Audits schlechte Erfahrungen gemacht worden sind, ja, äh, oder, ähm, dass einfach gewisse Konfliktsituationen vorherrschen, dass es vielleicht kein Management Review gibt, denken ja viele dann, ja, äh, nur weil, nur weil, nur weil zum Beispiel der, die auditsierte Person das Management Review nicht vorzeigt, heißt es ja noch lange nicht, dass es keins gibt, ja, und man muss halt eine gewisse Technik entwickeln und anwenden, ja, auch im Rahmen der Kommunikation, um genau diese Informationen dann auch, ähm, abgleichend in der Kommunikation, ähm, einzusehen, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass Managementbewertungen nicht stattfinden, ist also gegen null, ja, die Frage ist nur, an welcher Stelle finden die statt und in welcher Intensivität, äh, Intensivität, Intensivität, Intensität, ja, und in welcher Form, ja, sind alle Anforderungen der Norm entsprechend abgewickelt worden und so weiter und so fort, das sind Dinge, die man dann klären muss, ja, und dieses Kommunikationsmodell, ja, das Vier-Ohren-Modell wird dir definitiv dabei helfen, egal ob du jetzt der Auditor bist, ja, äh, im internen Audit zum Beispiel, ja, ja, das spielt das genauso eine Rolle, äh, wie in externen Audits oder ob die, ob du die auditierte Person bist, ja, in jedem Fall wird dir dieses Modell helfen. Ich fasse jetzt nochmal ganz schnell für alle zusammen. Im Rahmen der Kommunikation, die zum Beispiel auch in Audits stattfindet, ja, existieren vier Kommunikationsebenen, ja, und wichtig ist, dass man erkennt, auf welcher Ebene momentan kommuniziert wird und wie es verstanden wird, ja, und um gewisse Konflikte zu vermeiden, um gewisse, ähm, ja, Missverständnisse zu vermeiden und denen vorzubeugen, ja. Deshalb ist es wichtig, wenn du jetzt etwas, einen Satz hörst, dich nicht zu versteifen auf eine einzige, ähm, äh, Meinung, die da im Raum ist, eine einzige Variante, die da im Raum ist, wie man diesen Satz verstehen kann, sondern hinterfragst, welche weiteren Meinungen und Auslegungen dieses einen Satzes kann es geben. Wir haben in diesem Beispiel jetzt einen Satz gewählt, ja, wann wurde ihr letztes Management Review durchgeführt, ja. Die Sachebene, die, äh, Kommunikation auf der Sachebene, die hat eine Antwort, und zwar das genaue Datum, zum Beispiel der 19. November 2019. So, ähm, sie bedeutet aber auch, dieser Satz kann man aber auch so auslegen, dass es eine Art Selbstoffenbarung ist, das ist die Ebene Nummer zwei, und zwar desjenigen, der gefragt hat, ja. Das heißt, er erwartet und denkt, dass es Management-Bewertungen geben muss und geben sollte, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel, weil die Norm es, ähm, fordert, ja. Das heißt, es ist eine Selbstoffenbarung desjenigen, der da antwortet, ja. Und so kann man auch, äh, der da fragt, und so kann man auch entsprechend antworten auf diese Ebene, ja, und sagen, ja, natürlich werden bei uns Management-Bewertungen durchgeführt, diese finden regelmäßig statt, zuletzt am 19. November 2019. Die Ebene Nummer drei ist die Beziehungsebene, ja. Die Beziehungsebene, die, ähm, die versteht man so, dass letztendlich eine Beziehung zwischen dem Sender und dem Empfänger kommuniziert wird, ja. Das heißt, in unserem Beispiel würde das bedeuten, dass der Auditor, das heißt, der Sender davon ausgeht, dass Management-Bewertungen regelmäßig stattfinden, ja. Deine Antwort als Empfänger könnte zum Beispiel sein, ja, vielen Dank, selbstverständlich werden bei uns, äh, vielen Dank für das Lob, ja. Selbstverständlich werden bei uns Management-Bewertungen durchgeführt, und zwar auf regelmäßiger Basis zuletzt am 19. November 2019. Dann hast du schon alle drei Ebenen abgewickelt mit deiner Antwort, ja. Und jetzt die vierte Ebene, und die wird häufig verwechselt mit der ersten Ebene, mit der Sachebene, ja. Die vierte Ebene ist die Appell-Ebene, und in der Appell-Ebene heißt es, wenn wir diesen Satz wieder nehmen, ja, der gleiche Satz heißt es, zeig mir bitte dein, äh, letztes Management-Review, ja. Und das, diese Frage auf allen vier Ebenen beantwortet, heißt, vielen Dank für das Lob. Ähm, selbstverständlich führen wir Management-Bewertungen weiterhin durch, oder auf regelmäßiger Basis durch. Zuletzt am 19. November 2019. Und ja, lassen Sie uns doch gemeinsam einen Blick drauf werfen. So. Und dann hast du alle vier Ebenen entsprechend abgewickelt, und ich garantiere dir, wenn du diese vier Ebenen im Rahmen einer Frage, dieser Frage, die auf jeden Fall in deinem Audit stattfinden wird, ja, so bedienst, dann wirst du einen Auditor vor dir haben, der überglücklich ist, ja. Punkt. Natürlich kannst du jetzt diese, und solltest du dieses Modell üben, ja, erst mal richtig kennenlernen, ja. Also ich habe ja hier wirklich nur dran gestriffen, es gibt sehr viel Literatur zu der ganzen Geschichte, ich verlinke die auf jeden Fall am Ende dieses Videos mal ein Video in einem YouTube-Bereich, ja, zu einem YouTube-Video, was ich gut finde eigentlich, um das System besser zu verstehen. Aber du kannst, du solltest jetzt im Rahmen deiner Audits genau diese Vorgehensweise wählen und die Fragen, die dir gestellt werden, hinterfragen auf diese vier Ebenen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, da freue ich mich riesig darüber. Schreib einen Kommentar drunter, ja, wenn du sagst, hey, bei mir hat es Probleme mal gegeben im Audit, erzähl mir einfach, was so aufgetreten ist, wo da die Konflikte lagen und so weiter. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Feedback. Insofern, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem nächsten Audit. Viel Spaß mit diesem tollen, tollen, tollen Vierohren-Modell. Schulz von Thun, bis zum nächsten Video. Viele Grüße aus Düsseldorf. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Management-Systeme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne einen meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.